Ja, guten Abend. Ich freue mich, Sie hier im IP-Zentrum begrüßen zu dürfen. Und ich begrüße auch ganz herzlich all diejenigen, die heute per Live-Schaltung sich mit hineingeschaltet haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich grüße auch alle, die am Übertragungsort hier ein Stockwerk sich unter uns befinden. Herzlich willkommen euch allen hier zu diesem Vortragsabend. Ich freue mich sehr, dass wir trotz der aktuellen Umstände diesen Abend veranstalten dürfen. Mein Name ist Alexander Zyris. Ich bin angestellt hier bei ZHK als Bereichsleiter für die IP-Projekte. Ich darf Sie heute mit in diesen Abend hineinnehmen. Und ich möchte Ihnen kurz auch erklären, was bedeutet IP. IP ist eine Abkürzung und steht für Israel Perspektive. Die Angebote hier im IP-Zentrum sollen die Wurzeln des christlich-jüdischen Glaubens begreif- und erlebbar machen. Und das wollen wir tun durch Schüler- und Gemeindeprogramme, durch Ausstellungen oder indem wir Begegnungsmöglichkeiten mit jüdischen Mitbürgern und Zeitzeugen des Holocaust arrangieren oder eben durch Vorträge, so wie wir heute Abend einen erleben dürfen. Wir wünschen uns sehr, dass Menschen, die an den Veranstaltungen hier im IP-Zentrum teilnehmen, neue Perspektiven hinsichtlich des Judentums und des Volkes Israels gewinnen. Und wir wollen nicht, dass es einfach unsere eigenen menschlichen Perspektiven sind, die wir hier weitergeben. Uns Anliegen ist es, dass es Sichtweisen sind, die von Gott kommen. Denn wir sind überzeugt, dass Gott allein die Weltgeschichte durch und durch kennt. Und deshalb möchte ich auch heute Abend zu Beginn dieser Veranstaltung ein kurzes Gebet sprechen. Großer Gott, wir danken dir, dass wir diesen Abend heute so veranstalten dürfen. Wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist und sind gespannt, was wir hören dürfen. Wir wünschen uns sehr, dass es Einsichten sind, die von dir kommen, nicht allein gemacht von Menschen. Du hast den Überblick über alles. Danke, dass du da bist und segne du all das, was hier heute geschieht an diesem Abend. Und Amen. Ja, das Thema des Abends lautet jüdisches Leben in Schömberg. Und ich freue mich sehr, dass heute Abend Prof. Dr. Bernd Brandl zu uns gekommen ist, der sich in diese Thematik tief eingearbeitet hat. So nenne ich es jetzt mal. Wie tief werden wir nachher sehen, zumindest in einem kleinen Ausschnitt. Bei einem Vortrag hört man ja meist nur immer so die Spitze von dem, was wichtig ist, die vielen Dinge, die erforscht sind. Und so kann man wahrscheinlich an einem Abend gar nicht so einfach referieren. Prof. Dr. Bernd Brandl lehrte bis vor kurzem noch an der IHL, der Internationalen Hochschule in Liebenzell, die Fächer Kirchen- und Missionsgeschichte. Und ja, ich darf selber sagen, ich war bis vor zehn Jahren und noch etwas davor. Selbst im Theologiestudium in Bad Liebenzell bei der Liebenzeller Mission und durfte dort an den Vorlesungen, wir sagten oft noch Unterricht, teilnehmen. Und ich kann sagen, wir erleben heute einen Menschen, der leidenschaftlich und auch mit Tiefgang Themen der Kirchengeschichte und der Mission referiert. Und von daher dürfen wir uns auf einen Abend einstellen, der Tiefgang hat. Bevor wir uns für den Vortrag Jüdisches Leben in Schömberg Zeit nehmen und zuhören, möchten wir noch auf ein zweites Musikstück hören. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Das hat den Titel Baruch Chabah, auch gespielt von Andrea und Johannes Leutle. Ja, ich freue mich heute Abend hier sein zu können, unter diesen ganz schwierigen Umständen, dass es noch möglich wurde. Ja, jüdisches Leben in Schoenberg, es geht genauer gesagt um diese Epoche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo eben auch in Schoenberg Juden lebten, aber dann verfolgt wurden, ausgegrenzt wurden und eben auch getötet wurden. Schoenberg, auf den Höhen des Schwarzwaldes gelegen, ein idyllisches, heilklimatisches Kurörtchen, so könnte man es sagen. In wenigen Jahrzehnten entwickelte sich das völlig unbekannte Höhlendorf, Ende des 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem über Deutschland hinaus bekannten Kurort für Tuberkulose, kranke Menschen. Und unzählige Leidende fanden damals in den Schoenberger Kliniken und Sanatorien Hilfe und Heilung. Man sagte, Schoenberg war so etwas wie das deutsche Davos. Und der nicht abreißende Strom von Menschen, die in diesen Kurort fluteten, spülte eben mit den Jahren dann auch so manchen Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Universität, Kunst und Kultur in den Schwarzwald. Darüber wird in Schoenberg auch bis heute immer noch gerne geredet. Durch die Entdeckung der Antibiotika konnte dann die oft tödlich verlaufende Lungenkrankheit Tuberkulose dann in den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wirksam bekämpft werden. Und Schoenberg verlor so seine Bedeutung als Heilstätte für die Lungenkranken. Aber man denkt eben in Schoenberg gerne zurück an diese glanzvolle Zeit, als Schoenberg eben noch dieser heilklimatische Kurort war. Dass es da aber auch noch eine andere Geschichte gibt, das möchte ich heute Abend betonen, dass eben auch es da etwas gibt, was oft in der Vergangenheit vergessen wurde, nämlich, dass durch die rasante Entwicklung als Kurort eben auch nicht nur Deutsche nach Schoenberg kamen, sondern Angehörige vieler anderer Nationen. Und es kamen Amerikaner, Russen, Franzosen, Engländer, Italiener, selbst aus Indien kurten Menschen in Schoenberg. Und da wundert es nicht, dass sich unter die Lungenkranken immer wieder auch jüdische Mitbürger mischten, die auch im Schwarzwald Heilung suchten. Unter anderem zog besonders das Waldsanatorium von Dr. Schröder vermögende Kranke an. Und so kam mit den Jahren eine nennenswerte Zahl von jüdischen Lungenkranken in den Schwarzwald. Einige von ihnen versuchten nach Besserung oder Heilung dann auch im Schwarzwald sesshaft zu werden. Und wir wissen von mindestens zwei Familien, die konkret dann in Schoenberg wohnten, sich integrierten und dann Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung und Vernichtung wurden. Einmal die Familie Eckstein und Heumann. Über das Schicksal beider Familien werde ich dann hier ausführlich berichten. Es gab aber auch andere Juden, jüdische Mitbürger, die nach Schoenberg kamen. Und mindestens drei prominente jüdische Patienten konnte ich ausfindig machen in meinen Forschungen, die in Schoenberg während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Heilung suchten, aber dann auch in Schoenberg starben. Es war einmal Julius Martoff, dann Adolf Müller und Ademar Gelb. Julius Martoff sehen wir hier schon auf dem Bild. Julius Osipowitsch Martoff, ursprünglich hieß er Zedernbaum. Er wurde am 24.11.1873 in heutigen Istanbul geboren und er starb als Lungenkranker am 4.04.1923 in Schoenberg. Er gehörte zu den Kämpfern in Russland, die mit Lenin zusammen sich an der russischen Revolution beteiligten. Er gehörte aber nicht zu den Bolschewikis, sondern er gehörte zu der sozialdemokratischen Version der Kämpfer dort und er suchte eine repräsentative Demokratie in Russland aufzubauen. Er verfeindete sich mit Lenin und kam dann etwa um 1920 nach Deutschland, wurde an Tuberkulose krank und suchte in Schoenberg vergeblich Heilung. Ademar Gelb, ein weiterer jüdischer Mitbürger, auch geboren in Moskau 1887. Er starb lungenkrank am 07.08.1936 in Schoenberg. Gelb war ein bedeutender Psychologe und Philosoph. 1906 begann er Psychologis zu studieren und promovierte 1910 in Berlin. Von 1909 bis 1912 arbeitete er dann als Assistent am Psychologischen Institut der Universität Berlin. Er heiratete Nelly Achenbach. Das Paar hatte einen Sohn. Nach seiner Habilitation 1919 begann er seine akademische Laufbahn, 1924 als Professor in Frankfurt und wurde mit Max Wertheimer Direktor des Psychologischen Instituts dort. 1931 wurde Gelb an die Universität Halle berufen und wurde dort Direktor des Psychologischen Seminars. Obwohl Gelb zum lutherischen Glauben übergetreten war, wurde er aus rassistischen Gründen, weil er als Jude geboren war, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 aus seinem Dienst entlassen. Er emigrierte zunächst in den Niederlande dort, wartete er auf ein Visum in die USA. Wegen seiner Erkrankung, aber an Lungentuberkulose, konnte er nicht mehr seinen Ruf nach Stockholm folgen. Er kehrte 1935 nach Deutschland zurück und suchte Heilung in Schoenberg. In einer der Schoenberger Kliniken wurde er als Jude von anderen Patienten angegriffen und er wurde gezwungen, die Klinik zu verlassen. Im Dorf gelang es ihm, dann eine private Unterkunft zu mieten. Noch fanden sich im Ort zu dieser Zeit Menschen, denen es nichts ausmachten, einen Juden zu beherbergen. Bei welcher Schoenberger Familie er genau Unterschlupf fand, konnte ich nicht mehr ermitteln. Der Aufenthalt in Schoenberger Sanatorien dauerte oftmals viele Monate und deswegen wohnten oftmals auch die Angehörigen im Ort, um dem Kranken beizustehen. Wie weit das mit der Familie Gelb auch so war, das wissen wir nicht. Ob er nach erzwungenem Abbruch seiner Therapie in einem der Sanatorien weiterhin von Schoenberger Ärzten behandelt wurde, wissen wir auch nicht. Der zuständige Klinikleiter konnte und wollte seinen Patienten vor dem rassistischen Mob offensichtlich nicht schützen. Kurz nach dem Tod Gelbs 1936 verübte sein Sohn Selbstmord. Ein weiterer prominenter jüdischer Mitbürger suchte in Schoenberg Heilung und das war Adolf Müller. Er lebte von 1903 und starb 1935 in Schoenberg. Er war geboren in Würzburg. Dort wuchs er auf, studierte dann Rechts- und Staatswissenschaften in Würzburg-München und er hat 1924 in Berlin. An der Universität in Würzburg promovierte er 1926 und begann nach der juristischen Staatsprüfung 1929 als Gerichtsassessor am Gericht in Altötting. Im gleichen Jahr heiratete er klarer geborene Les, eine promovierte Pharmazeutin. Ab 1931 wirkte er als Amtsanwalt Vertreter der Staatsanwaltschaft in Regensburg, bevor er dann im Mai 1933 nach dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums wegen seiner jüdischen Herkunft entlassen wurde. Er war schwer lungenkrank, kam dann nach Schoenberg und starb dann 1935 in einem der Sanatorien hier in Schoenberg. Als Aussage von Gabriel Stengle wohnte Frau Müller und die am 28.08.1930 geborene einzige Tochter Renate während dieser Monate auch in Schoenberg im Gästehaus des Josef Egginger. Die Witwe und die Tochter kehrten dann nach Müllers Tod mittellos nach Würzburg zurück und gehörten dann zu den Würzburger Juden, die am 23.09.1943 ins Ghetto nach Theresienstadt deputiert wurden und 1944 weiter nach Auschwitz gebracht und dort ermordet wurden. Es gab neben diesen prominenten jüdischen Mitbürgern und Patienten auch immer wieder weitere, die nach Schoenberg kamen, sodass das Oberrabbinat in Stuttgart an den Gemeinderat die Bitte stellte, ob man nicht in Schoenberg einen jüdischen Friedhof einrichten könne. Da gibt es einen Briefwechsel, das kann man im Internet verfolgen. Es kam dann offensichtlich nicht mehr dazu. Auch ein jüdisches Observatorium sollte errichtet werden, auch dazu kam es dann nicht mehr. Es zeigt, dass eben auch jüdische Mitbürger nach Schoenberg kamen und sie waren ein wichtiger Bestandteil der nach Schoenberg strömenden Kurgäste in dem ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Nun wollen wir uns aber denen zuwenden, die in Schoenberg dann auch gewohnt haben. Und das ist vor allen Dingen die jüdische Familie Eckstein, die in Schoenberg heimisch wurde. Erwin Eckstein wurde am 6.10.1898 in Breslau geboren und er starb 1972 in Frankreich. Sein Vater Max Eckstein war vom Beruf Apotheker und er trat zum evangelischen Glauben über. Die Mutter hieß rosa geborene Lev Kovitz, sie blieb Mitglied der jüdischen Gemeinde. Als junger Mann und deutscher Jude beteiligte sich Erwin Eckstein am Ersten Weltkrieg und er steckte sich im Krieg mit Tuberkulose an und wurde lungenkrank. Nach 1918 galt er zu 80% kriegsbeschädigt und als Lungenkranker suchte er etwa ab 1920 in Schoenberg Heilung. Nach Aufenthalten in Schoenberger Kurkliniken und nachdem er Besserung eintrat, entschied sich Eckstein, wie viele vor und nach ihm in dem besseren Schwarzwaldklima, in der Schwarzwaldluft zu bleiben. Und er machte sich als Kaufmann nieder. Er kam also nach Schoenberg, blieb dort und da die Familie auch vermögend war, baute sie an der Hauptgeschäftsstraße in Schoenberg, der Liebenzeller Straße 9, ein stattliches Wohn- und Geschäftshaus, das übrigens bis heute noch erhalten ist. Sie können es hier sehen. Erwin Eckstein begann dort in diesem Haus ab etwa 2024, 2025 mit fotografischen Artikeln zu handeln und führte ab Dezember 1927 dort auch eine Drogerie am Ort in Schoenberg. Am 30. Mai 1925 heiratete er in der evangelischen Kirche zu Schoenberg die evangelische Christin und Nicht-Jüdin Carola geborene Scholler. Das Paar wurde vom evangelischen Pfarrer Gotthilf Super getraut, obwohl zu dem Zeitpunkt Erwin Eckstein noch nicht zum evangelischen Glauben übergetreten war. Diesen Schritt vollzog er dann am 28.02.1932 und ließ sich in der evangelischen Kirche zu Schoenberg von dem damaligen Pfarrer Ernst Geiser als Erwachsener taufen. Dem Ehepaar wurden zwei Kinder geschenkt, als Erstgeborener die Tochter Anneliese. Sie wurde am 12.08.1926 in Schoenberg geboren und da selbst dann auch am 31.10. getauft, 1926. So auch ihr Bruder Herbert, geboren in Schoenberg am 30.11.1929 und getauft am 6.12.1929. Das kann man alles noch in den Taufbüchern von Schoenberg nachlesen. Ohne Zweifel war die Familie Eckstein schnell in Schoenberg vollkommen integriert und sie war bekannt in der Schoenberger Bevölkerung und auch als Geschäftsmann war Erwin Eckstein am Ort beliebt. Er galt als sympathisch und freundlich. Und die Kinder Herbert und Anneliese gingen mit den anderen Schoenberger Kinder auch in die örtliche Grundschule unter den Lehrern Klink und Stöcker. Frau Clara Reible zeigte uns ein Bild ihrer Schulklasse, worauf auch die Mitschülerin Anneliese Eckstein zu sehen ist. Also man kann sie hier sehen, direkt in der Mitte. Da. Also sie waren wirklich integriert in Schoenberg, auch in der Schule, in der Dorfschule. Die Kinder haben miteinander gespielt. Herbert Eckstein hat davon dann später auch uns berichtet. Also das war alles eine gute und schöne Zeit. Eckstein nahm dann auch die früh verwitwete Schwester von Frau Eckstein, Helene Ebert geborene Scholler mit ihren Kindern Kurt und Otto in ihr Haus auf. Sie war verheiratet gewesen mit einem Johann Ebert, der als Dentist in Schoenberg praktizierte und früh starb. Aber die Situation, diese gute Situation der Familie Eckstein in Schoenberg veränderte sich dann radikal nach der Machtergreifung 1933. Und das ist jetzt der nächste Punkt, das Schicksal dieser Familie Eckstein in Schoenberg und Frankreich während der Jahre 1933 bis 1945. In Deutschland, das von Hitler geschaffen werden sollte und hinter dem sich dann der Gemeinderat von Schoenberg unter Leitung von Bürgermeister Gustav Herrmann in den Unterlagen des Gemeinderates heißt es rückhaltlos, Zitat, stellte und sich dann auch Hitler die Treue gelobte, gab es ab jetzt keinen Platz mehr für Juden. Familie Eckstein erlebte sofort die Folgen dieser von den lokalen Behörden vorangetriebenen antisemitischen Politik. Am ersten Schultag von Anneliese Eckstein, dem 1.04.1933, wurde zum Boykott des Geschäftes ihres Vaters aufgerufen. Dies geschah dergestalt, dass sich Männer in SA-Uniformen vor dem Haus Ecksteins Postierten und Kunden ansprachen und sie daran hinderten, in das Geschäft zu gehen. Herbert Eckstein erinnert sich auch an eine Begebenheit aus seiner Jugend, die sich ereignete kurz nach der Machtübernahme 1933. Zu irgendeiner der vielen Gelegenheiten wurden alle Häuser in der Liebenzeller Straße mit Hakenkreuzfahnen beflaggt. Nur das Haus der Ecksteins war mit der Fahne schwarz-weid-rot geschmückt, der alten Nationalfarbe des Kaiserreiches. In der Nacht wurde diese Fahne jedoch abgehängt, in Teer getaucht und wieder aufgehängt als Zeichen der Schande. Dieses in der Erinnerung haften gebliebene Ereignis ist nur ein Beispiel von den vielfältigen, ab 1933 einsetzenden Anfeindungen und ausgrenzenden Maßnahmen, denen sich die Familie Eckstein ausgesetzt sah. Auch wenn Carola Eckstein nicht Jüdin war, wurde ihr gerade dies zum Vorwurf gemacht, betrieb sie doch in den Augen der Nationalsozialisten Rassenschande, da sie mit einem Juden verheiratet war und weiter zu ihm hielt, sich also nicht von ihm trennte. Ähnlicher ging es auch den Verwandten von Eckstein, der Schwester von Carola Eckstein, Frau Helene Ebert, sie sei jüdisch verseucht, wurde gesagt, weil sie mit Juden zusammenwohnen. Interessant ist es zu verfolgen, wie im Gemeinderat mit dem Fall Eckstein umgegangen wurde. Die Boykottmaßnahmen brachten nämlich noch nicht die gewünschten Ergebnisse. Deswegen hat man dann gesagt, es müsse jemand nach Schoenberg, um ein Geschäft zu eröffnen, das ähnliche Artikel auch verkauft. Und das konnte man dann auch so einrichten. Man kann den Umsatz des Ecksteinischen Handelshandelsgeschäfts nachvollziehen. In dem Verzeichnis der Gewerbetreibenden sieht man, wie der Reingewinn immer weiter zurückging bis 1935. Er erlitt, also Eckstein erlitt durch die Boykottaufrufe, etwa einen Umsatzeinbruch von bis zu 40 Prozent in den Jahren von 1933 bis 1935. Also, Sie kennen das hier, Deutscher kaufen nicht bei den Juden. Und hier im Kreis Kalf sind dann verschiedene Namen aufgezählt, unter anderem eben Schoenberg, Eckstein, Drogerie und Fotogeschäft. 40 Prozent Umsatzeinbuße. Das bedeutete aber auch auf der anderen Seite, dass immer noch ein großer Teil der Schoenberger Bevölkerung bei Ecksteins einkauften und sich nicht beirren ließen. Aber die Situation für das Geschäft von Erwin Eckstein wurde immer schwieriger, spitzte sich dann immer weiter zu. Leid Aussagen von Clara Reible und anderen alten Mitbürgern von Schoenberg wurden dann Posten gegenüber dem Hause aufgestellt, die fotografierten, wer in den Laden Ecksteins ging, um einzukaufen und diese Namen wurden dann im Rathaus ausgehängt. Im Protokollbuch des Gemeinderates wird erwähnt, dass sich Eckstein schriftlich über die Belästigung seiner Kundschaft beklagte und deswegen eine Eingabe an das Oberamt machte. Das zeigt, wie sehr sich Erwin Eckstein immer noch in einem Rechtsstaat wähnte, an den man sich wenden könne, wenn Unrecht geschah. Dass er als Jude im Dritten Reich völlig rechtlos war, musste er und seine Familie durch die weiteren Ereignisse allerdings erst bitter lernen. Natürlich wurde seine Eingabe zurückgewiesen. Der Bürgermeister kam jedoch nicht umhin, auf einige Vorfälle im Gemeinderat einzugehen, die sich auf den Besuch des Ecksteinschen Judengeschäftes bezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab Erwin Eckstein als Überlebender des Holocaust zu Protokoll, das der bekannte Lungenarzt Dr. Med. Ludwig Braun erlebte von 1893 bis 1969, der im Januar 1935 nach Schönberg kam, Zitat, für die Judenhetze in Schönberg mitverantwortlich gewesen sei. Er schädigte sein, also Ecksteins Geschäft, durch die Aufforderung zur Boykottierung desselben. Auch die Aufforderung an ihn, Eckstein Schönberg zu verlassen, sei ebenfalls von Dr. Braun ausgegangen. Zitat Ende. Über diese eidesstattliche Erklärung Ecksteins und die weiteren Ereignisse entbrannte dann nach dem Krieg in Schönberg ein nicht unerheblicher Streit, der sich auch in den Akten nachlesen lässt. Der von Eckstein benannte Dr. Braun war unter anderem Belegarzt für das Kindersanatorium in der Liebenscheller Straße. Die dort tätig gewesene Schwester Therese Wohlfahrt bezeugte ebenfalls nach dem Krieg, dass sie von Dr. Braun angesprochen wurde, Zitat, warum sie denn Kinder in das Geschäft des Ecksteins schicke. Eckstein wäre doch Jude. Als Parteimitglied der NSDAP gehörte Dr. Braun auch zur SS. Als Oberstabsarzt wurde er im Krieg bis zum SS-Sturmbandführer befördert. Von 1938 bis 1939 versah er vorübergehend die Stelle des Führers des SS-Sturmes in Wildbad. Druck auf das Geschäft, ja, ich habe Wildbad gesagt, dann ist es in Wildberg gewesen. Es wurde aber Druck auf Ecksteins auch von anderer Seite ausgeübt, nicht nur von Dr. Braun. Es erschien, wie gesagt, dieses Heft, im Moment, Deutscher kaufen nicht bei Juden. Und da ist eben dieses Fotogeschäft, Drogeriegeschäft von Ecksteins erwähnt. Der Druck von außen und die Hetze gegen den Kaufmann Eckstein in Schönberg waren zwischenzeitlich dann so groß, dass er am 7.09.1935 sein Geschäft aufgab. Es wurde zwangsverpachtet und an einen alten Kämpfer der NSDAP, Hans Karcher, vermietet. Laut Liste der NSDAP-Mitglieder von Schönberg trat Karcher schon 1931 in die Partei ein und übte das Amt eines Blockwartes derselben aus. Aus dem Verzeichnis für Gewerbebetreibende in Schönberg geht dann hervor, dass das von Karcher übernommene Geschäft nun wieder gute Umsätze machte. Familie Eckstein musste neben der Geschäftsaufgabe unverzüglich auch Haus und Wohnung verlassen. Sie fand jedoch behelfsmäßig Zuflucht in einer wesentlich kleineren Wohnung im Hause der Familie des Zimmermanns Wilhelm Reule in der Talstraße 50. Auch die Schwägerin mit ihren zwei Kindern zog in diese enge Wohnung. Ihren Hausrat mussten die Familie Eckstein zwischenlagern. In den nächsten Monaten verblieben Ecksteins in diesem Hause Reule in der Talstraße. Eingeschüchtert, verängstigt und immer wieder bedroht, traute sich kaum noch die Familie auf die Straße. Nur der damalige Pfarrer in Schönberg, man kann ihn hier sehen, Hermann Unz, besuchte die geächtete Familie in der Talstraße, so wie sich Herbert Eckstein auch erinnerte. Die Tochter Anneliese, welche eine gute Schülerin war, durfte nach der Vollendung der vier Grundschuljahre in Schönberg als sogenannte Halbjüdin nicht in eine weiterführende Schule wechseln. Der Versuch, sie in Forzheim ins Genasim zu schicken, wurde ihr verwehrt. Sie litt auch gesundheitlich unter den ständigen Diffamierungen. Daraufhin gelang es durch Kontakte mit Familienmitgliedern, die in Frankreich wohnten, Anneliese als erste 1938 aus Deutschland nach Lothringen in Frankreich in ein Pensionat zu bringen. Dort verblieb sie bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Herbert Eckstein konnte noch die Grundschule in Schönberg vom Frühjahr 1936 bis 1939 besuchen. Aber nach den Ereignissen in der Progromnacht vom 9. auf den 10. November wurde die Situation für die Familie Eckstein immer schwieriger. Laut Aussage von Frau Reible wurde ihr Vater, Willem Reule, sehr deutlich vom Bürgermeisteramt aufgefordert, die Juden nicht länger bei sich wohnen zu lassen, denn sonst würde man sein Haus anzünden. Gabriel Stengl überliefert in seiner Darstellung der Ereignisse die Aufforderung, des Bürgermeisteramtes an Eckstein sofort den Ort zu verlassen, andernfalls würde man ihm alles zusammenschlagen, Zitat, und er, Eckstein, müsse dafür dann noch die Kosten tragen. Daraufhin bereiteten Ecksteins ihre Flucht nach Frankreich vor. Ihnen war nun endgültig klar, dass sie in Deutschland nicht mehr bleiben konnten. In einer Nacht- und Nebelaktion gelang ihnen dann im Juli 1939 die überstößte Flucht nach Frankreich. Niemand in Schönberg half ihnen dabei. Erwin Eckstein floh nachts ohne Pass alleine über die Grenze. Carola Eckstein mit ihrem Sohn Herbert konnte in Stuttgart ganz legal am 14.07.1939 ein Visum für Frankreich beantragen und reiste auf diesem Wege nach Frankreich aus. Dort konnten sie dann bei Verwandten unterkommen. Ihr Mann wurde zunächst in Frankreich von den französischen Behörden in einem Flüchtlingslager interniert. Helene Ebert, die Schwägerin von Erwin Eckstein, verbrachte die Sommerferien bei Verwandten in Lothringen. Sie wurde vom Ausbruch des Krieges überrascht und kam erst im September 1940 wieder zurück nach Schönberg. In der Zwischenzeit hatte der Gemeinderat angeordnet, die Wohnung von Ecksteins aufzubrechen und an Kurgäste zu vermieten. In den Protokollen gibt es dazu die Bemerkung, Zitat, 12. April 1940, Paragraf 9. Mit den Gemeinderäten wird erörtet, Behebung des Wohnungsmangels durch Verfügung über die Wohnung des Juden Erwin Israel Eckstein unter Frau Helene Ebert, die emigriert zu sein scheinen, Zitat Ende. Aufgrund der von dem Gemeinderat verfügten Beschlagnahmung der Wohnung konnte Frau Ebert nicht mehr in die gemeinsame von ihr und Familie Eckstein benutzte Wohnung zurück. Auch war ein Teil des beweglichen Hausrates der Familie Eckstein inzwischen an die Schönberger Bevölkerung verteilt worden. Da gibt es bis heute noch in verschiedenen Kellern Stühle und sonstige Dinge, wo man weiß, woher sie sind, die da noch immer rumstehen. Frau Ebert zog dann mit dem Rest des Besitzes der Ecksteins nach Worms. Inzwischen hatte der württembergische Wirtschaftsminister am 16.09.1940 bekannt gegeben, ich gebe dem Juden Erwin, Zitat, Eckstein früher in Schoenberg, Landkreis Kalf, nun mit unbekanntem Aufenthalt im Ausland wohnhaft aufgrund des Paragraf 6 der Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens vom 3. Dezember 1938 auf, sein Grundstück binnen einer Woche nach Bekanntgabe dieser Verfügung an den Drogisten Hans Karcher in Schoenberg zu veräußern. Falls meiner Aufforderung innerhalb der gesetzlichen Frist keine Folge geleistet wird, setze ich den Wirtschaftsleiter Karl Fenske in Schoenberg als veräußerungstreuender ein. Zitat Ende. Aufgrund dieser Verfügung, die Eckstein zum Verkaufzwang und einer Zwangsenteignung entsprach, wurde das Haus schließlich am 6.02.1941 weit unter Wert an Hans Karcher verkauft. Das Landesamt für Wiedergutmachung urteilte nach dem Krieg über dieses Geschehen treffend, infolge der Judenhetze waren die Eigentümer freiwillig. Es galt sogar als Verdienst, Juden und Judengenossen zu schädigen. Zitat Ende. Inzwischen hatte die Familie Eckstein in der Gegend um Lyon Zuflucht gefunden. Herbert konnte dort weiterhin in die Schule gehen. Lyon lag in dem von Deutschen nicht besetzten Rest Frankreich. Kritisch wurde die Lage aber dann wieder, als Deutschland im Laufe des Krieges ab 1942 ganz Frankreich besetzte. Von nun an musste sich die jüdische Familie Eckstein vor den Deutschen verstecken, die auch hier versuchten, im Zuge der Entlösung Juden in die Vernichtungslager zu deportieren. Herbert Eckstein wurde in die Wohnung einer Familie Rigottier-Clement versteckt. Die Eltern und seine Schwestern brachte die französische Hausbesitzerin in ihrem Gartenhäuschen unter, wo sie verborgen blieben. Zweimal konnte Familie Eckstein nur knapp dem Tod entrinnen. 1943 wurde Erwin Eckstein bei einer Passkontrolle verhaftet und er kam in Lyon ins Gefängnisprison Saint-Jean. Er sollte an die Deutschen ausgeliefert werden, kam jedoch durch den Einsatz des evangelischen Pfarrers da selbst noch einmal frei. 1944 entdeckten zwei Gestapo-Männer die Familie Eckstein. Auch ein französischer Polizist war dabei. Als die Gestapo einen Wagen zum Abtransport holte, gab der französische Polizist der deutschen jüdischen Familie die Möglichkeit, schnell unterzutauchen und sich der Verhaftung zu entziehen. So haben sie den Holocaust überlebt. Nun zur anderen Familie, die in Schönberg lebte, die Verfolgungs- und Leitungsgeschichte von Emilie und Mally Heumann, die auch in Schönberg lebten. Neben der Familie Eckstein lebte noch eine zweite jüdische Familie in Schönberg. In der Zeit von 1933 bis 1942 die Witwe Emilie Heumann mit ihrer erwachsenen Tochter Mally. Das Schicksal dieser Familie ist in Schönberg fast ganz vergessen. Emilie, geborene Klein, wurde am 19.04.1869 in Borbeck bei Essen geboren. Sie heiratete Sigmund Heumann. Dem Ehepaar wurden drei Kinder geschenkt, Mally. Die geboren wurde am 1896 Leo 1897 und Alfons 1905. Emilie lernte ihren Mann in ihrer Heimat kennen in Essen oder Kastrop-Rauxel wohnte die junge Familie eine Zeit lang, wo auch die älteste Tochter geboren wurde. In den Unterlagen des jüdischen Wohnheims Tigerfeld fand sich die Bemerkung, dass Emilie Heumann mit ihrer Tochter später zur jüdischen Gemeinde in Stuttgart gehörte. Das bedeutet, dass die Familie irgendwann aus dem Ruhrgebiet nach Stuttgart zog. Frau Heumann erkrankte an Tuberkulose und kam als Patientin Ende der 20er Jahre nach Schönberg. Zu dem Zeitpunkt war sie schon Witwe. Sie entschied sich auch wie Ecksteins in Schönberg wegen der guten Luft sesshaft zu werden. Emilie Heumann wohnte in der Schwarzwaldstraße 115 nahe des Kurparkes in Schönberg im Hause einer Frau Kappler. Frau Reible kann sich noch erinnern, dass sie als Kind die beiden Mutter und Tochter Heumann oft einsam und traurig im Kurpark auf einer Bank sitzend gesehen habe. Niemand aus der Bevölkerung habe es gewagt, sich mit ihnen zu unterhalten. Frau Kappler bezeugte nach dem Kriege, dass Bürgermeister Hermann sie ein Zitat Judenknecht geheißen habe, nachdem sie das Ansenden von Hermann, Frau Heumann aus der Wohnung zu tun, abgelehnt habe, trotz der Androhung von Vergeltungsmaßnahmen. Zitat Ende. Im Zuge der von den Nationalsozialisten verfügten Zusammenlegung von jüdischer Wohnbevölkerung wurde Frau Emilie Heumann in das jüdische Wohn- und Altenheim Tigerfeld im Kreis Müsingen in die Schwäbische Alb zwangseingewiesen. Diese Umsiedlung geschah am 28.05.1942. Von ihrem beweglichen Besitz nahm Frau Heumann nur einige Möbel mit nach Tigerfeld, andere konnte sie verkaufen, den Rest musste sie in der Wohnung zurücklassen. Dieser Teil wurde von den Nationalsozialisten zusammen mit Schmuck, Silber und dem Radio der beiden Frauen beschlagnahmt. Emilie Heumanns Tochter Mali wurde schon vorher am 26.04.1942 in Schönberg abgeholt und von Stuttgart aus mit der Reichsbahn Transport DA56 ins polnische Ibiza, jiddisch Itzbiz, bei Lublin, ganz im Osten des Landes gebracht. Itzbiza war ein Zwischenlager, das aus einem jüdischen Ghetto hervorgegangen war und für die Juden als temporäre Station für Judendeportationen von Lodz in die Vernichtungslager diente. Die Bedingungen dort waren schrecklich. Täglich starben 20 bis 30 Menschen an Unterernährung. Von den aus Stuttgart nach Itzbiza transportierten Juden hat nicht einer die Schoah überlebt. Malis Todesdatum und die Todesumstände sind unbekannt. Emilie Heumann blieb noch einige Monate länger im Tigerfeld. Sie wurde dann mit dem größten Stuttgarter Deportationszug von Juden am 22.08.1942 mit dem Transport 13.1.884 zusammen mit 1.380 jüdischen Leidensgenossen ins KZ Theresienstadt gebracht, in diesen Viehwagen. Die Zustände in dem Lager waren katastrophal. Von den meist älteren Stuttgarter Deportierten lebten nach sechs Wochen schon ein Viertel nicht mehr. Am 26.09.1942 wurde ein weiteres Viertel in das Vernichtungslager Treblinka weitertransportiert. Niemand von ihnen überlebte das Lager. Unter den Ermordeten war auch Emilie Heumann. Die Brüder von Mally Heumann, Leo und Alfons Heumann, konnten in die Schweiz fliehen. Der Enkel und Neffe von Emilie und Mally Heumann, Rolf G. Heumann, stiftete 1996 in Yad Vashem zwei Gedenkblätter für seine ermordete Großmutter und Tante. Schömberg, unmittelbar nach 1945. Herbert Eckstein schreibt in einem Brief, im Blick zurück auf die schwierige Zeit von 1933 bis 1945, Zitat, Was meine Familie und mich am meisten betrübte, war, dass nach Kriegsende kein einziger Schömberger uns schrieb oder sagte bei mancher Begegnung, kommt zurück, euer Platz ist bei uns. Liest man die Protokolle oder das Protokollbuch des Gemeinderates aus den Jahren 1945 bis 1948, dann findet sich nirgendwo Worte des Bedauerns über das Unrecht, welches geschehen war. Vielmehr zeigende Eintragungen wenig Einsicht in Fehlverhalten oder Mitverantwortung während der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft. Zum Ausdruck kommt eher ein großes Unverständnis für die Maßnahmen der französischen Militärbehörden. Man fühlte sich mehr als Opfer als als Täter. Es ist gar keine Frage, dass der militärische Zusammenbruch und die Ereignisse im Zusammenhang mit der Besetzung Schömbergs und dieser Gegend hier ja auch, durch die französischen Truppen von der Bevölkerung als schmachvoll und verletzend empfunden wurde. Die Tage direkt nach den Kämpfen waren gekennzeichnet von Vergewaltigungen, Plünderungen und willkürlichen Unrechtsdaten einzelner französischer Soldaten. Hunger und Elend breitete sich aus. Niemand wollte mehr an die schmerzvoll erlebten Zeiten der Vergangenheit erinnert werden. Die französische Militärregierung begann auch zügig und nicht immer einfühlsam mit der politischen Säuberung des Ortes vom Belasteten des Hitler-Regimes. Diese Maßnahmen, und das ist in den Aufzeichnungen der Protokolle der Gemeinderatssitzungen nachzulesen, erzeugten weitere Unruhe und Unmut. Hans Karcher, der 1941 das Haus Eckstein gekauft hatte, musste dieses als unrechtmäßig angeeignetes jüdisches Eigentum wieder an Familie Eckstein zurückgeben. Ihm wurde auch verboten, weiterhin das Foto- und Drogeriegeschäft zu führen. Er war nicht der Einzige, der wegen seines Verhaltens während der nationalsozialistischen Herrschaft zur Rechenschaft gezogen wurde. Dass diese Anordnungen in der Bevölkerung umstritten waren, zeigen deutlich in den Protokollbüchern des Gemeinderats Schoenbergs die Auseinandersetzungen um Dr. Braun und Bürgermeister Gustav Herrmann. So wird unter dem Datum vom 17. Mai 1947 das Urteil der Entnazifizierungsbehörde bezüglich Dr. Braun bekannt gegeben. Danach wurde ihm für fünf Jahre die ärztliche Appropation entzogen. Die Einschätzung von Dr. Braun als Belasteter lag an der Aussage von Erwin Eckstein. Braun legte darauf natürlich Berufung ein und führte in den weiteren Verhandlungen Aussagen vieler seiner Patienten an, die ihm ein gutes Zeugnis ausstellten. Nun ereignete sich aber eine Begebenheit, die mit einem Kollegen von Dr. Braun, mit Dr. Arthur Walder, zu tun hatte. Dieser gehörte zu den wenigen Ärzten in Schoenberg, die während der Jahre 1933 bis 1945 nicht in die Partei eintraten. Er war auch mit der Familie Eckstein über die Zeit des Krieges hinweg befreundet geblieben und gehörte zu den Männern nach dem Zusammenbruch, die als unbelastet galten und die dann von der Militärregierung in verantwortliche Positionen gebracht wurden. In den nach dem Krieg konstituierten Gemeinderat unter dem neuen Bürgermeister Gustav Beuerle arbeitete Walder mit und ihm gelang auch, dass das Sanatorium 1, die Lungenklinik im Zentrum von Schoenberg, unter seiner Leitung wieder geöffnet werden konnte. Er führte auch Gespräche im Auftrag der Entnazifizierungskommissionen. Als bekannt wurde, dass der Lungenarzt Dr. Braun dazu verurteilt worden war, nicht mehr als Arzt praktizieren zu dürfen, wurde über Nacht am Postamt in Schoenberg ein Plakat angebracht, auf welchem Freunde desselben ihre Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung kundtaten und wo darüber hinaus Dr. Walder, Zitat, in gröblich beleidigenden und verleumderischen Worten angegriffen und beschimpft wurde. Offensichtlich meinten manche Bürger in Schoenberg Dr. Walder ständig hinter dem harten Urteil über dessen Kollegen Braun. Daraufhin reagierte die französische Militärregierung sofort und verhaftete Dr. Braun vorübergehend. Dr. Walder musste im Gemeinderat klarstellen, dass er bei der Entscheidung der Spruchkammer gegen Dr. Braun nicht beteiligt gewesen sei. Es könnte natürlich sein, dass in diesen Auseinandersetzungen auch Motive einer persönlichen Rivalität zwischen diesen zwei Ärzten sich hineinmischte. Die Vorfälle zeigen, wie schwierig nach dem Kriege die Aufarbeitung des Unrechts, das sich in der nationalsozialistischen Zeit in Schoenberg geeignet hatte, gestaltete. Die Spruchkammer des Staatskommissariats für die politische Säuberung stufte dann 1950 Dr. Ludwig Braun als Minderbelasteten ein und hob das erste Urteil, welches ihm die Appropation aberkannte, aufgrund der vielen positiven Zeugenaussagen wieder auf. Dies geschah, obwohl Erwin Eckstein seine Aussage in Bezug auf Dr. Braun nicht zurücknahm. Die Spruchkammer erklärte dazu, Zitat, aus diesen zahlreichen durchaus glaubwürdigen und glaubhaften Zeugnissen ging eindeutig hervor, dass eine Beteiligung des Betroffenen an der Judenhetze in Schoenberg nicht nachzuweisen ist und diesbezügliche Äußerungen des Herrn Eckstein nur die Äußerungen eines Verdachts seien. Für die politische Beurteilung des Betroffenen konnten sie deshalb nicht Verwendung finden. Zitat Ende. Liest man die Protokolle der befragten Personen, dann fällt die Tendenz auf, Verantwortung von sich zu schieben. So behauptete Bürgermeister Herrmann, übrigens Ehrenbürger der Stadt Schoenberg bis heute, der NS-Ortsgruppen-Propaganda-Leiter Fenske sei die treibende Kraft gewesen in der Judenhetze gegen Eckstein. Ein anderer Stelle jedoch wird von der Kommission gemutmaßt, der Entnazifizierungskommission, dass Herrmann selber den Verdacht auf Dr. Braun habe schieben wollen, um sich persönlich zu entlasten. Es wäre falsch, die Schuld für die Judenverfolgung in Schoenberg nur einzelnen Personen zuzuschieben. Sicherlich spielte der damalige Gemeinderat mit Bürgermeister Gustav Herrmann eine wichtige Rolle. Was man jedoch sagen kann, ist, dass sich ein Teil der Schoenberger Bevölkerung an den unter ihnen wohnenden jüdischen Mitbürgern schuldig gemacht hat. Diese wurden ausgegrenzt und gemieden, das Geschäft von Ecksteins boykottiert und sie wurden immer wieder von verschiedenen Seiten unmissverständlich aufgefordert, teilweise unter Androhung von Gewalt, doch endlich den Ort zu verlassen. Ein zusammenhängendes Fazit. Übrigens sehen Sie, wie damals das schöne Rathaus geschmückt war. Freu dich, danken wir dem Führer. Es war beim Anschluss Österreichs, ist dieses Bild gemacht worden. Warum war der heiklimatische Kurort Schoenberg mit seinem bekannten Kurbetrieb so anfällig für die nationalsozialistische Ideologie und dem Antisemitismus in der Zeit von 1933 bis 1945? Nun, die Offenheit Schoenbergs für die neue Zeit könnte damit zusammenhängen, dass es Anfang der 30er Jahre zu einem wirtschaftlichen Niedergang kam. Otto Rieger, der Schwiegersohn von Hugo Rempler, beschreibt anschaulich diese Krise, Zitat, die Kurorte hatten weniger Gäste als sonst. Die Lungenheilanstalten mussten Personal entlassen, weil sie schwach belegt waren. Zitat Ende. Das war wahrscheinlich dieser Umstand, der dazu führte, dass nach der Machtergreifung viele in Schoenberg sich ganz auf die neuen politischen Verhältnisse einstellten. Um aus der Krise herauszukommen und dem Kurort für Gäste wieder attraktiv zu machen, glaubten viele, alles tun zu müssen, um die neuen Herren nicht zu verärgern. Da störten jüdische Patienten und ein jüdisches Geschäft in der Hauptgeschäftsstraße ging absolut gar nicht. Deshalb die erfolgreiche Ausgrenzung der jüdischen Mitbürger Schoenbergs. Man kann diese Entwicklung auch in den Protokollbüchern, wie gesagt, des Gemeinderates nachlesen. Stehen im Internet. Dort wurde das Führerprinzip eingeführt. Die Volksschule, noch evangelische Schule unter der Aufsicht des Pfarrers, wurde nun in eine deutsche Volksschule umgewandelt. Und die Kleinkinderschule, der Kindergarten, der von einer Diakonisse geleitet wurde, wurde der NSV, also der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, unterstellt. Im Protokollbüch steht dazu, Zitat, damit hat die Gemeinde zu einem guten Teil dazu beigetragen, dass die Erziehung der Kinder zum Nationalsozialismus von Kind an erfolgen kann. Zitat Ende. Außerdem wurde der NSDAP nach dem Bau des neuen Rathauses das alte Rathausgebäude in der Talstraße von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Es fungierte als Versammlungshaus und HJheim. Übrigens marschieren hier die jungen HJ-Leute von Schönberg am Schönberger altem Pfarrhaus vorbei. Bürgermeister Gustav Herrmann gehörte sicherlich zu den herausragenden Gestalten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die wesentlich zum Aufstieg der Kurstadt Schönbergs beigetragen haben. Es ist jedoch nicht von der Hand zu weisen, dass Herrmann als Bürgermeister Schönbergs während der Zeit des Nationalsozialismus denselben im Kurort gefördert und dessen Anliegen einschließlich des Antisemitismus aktiv vertreten hat. Also für jeden, der sich dafür interessiert, kann die Protokollbücher nachlesen. Zum Schluss sei noch vermerkt, dass auch die Lektüre der Protokollbücher des Evangelischen Kirchengemeinderates in den Anfangsjahren der nationalsozialistischen Herrschaft eine ähnlich große Offenheit für dieselbe zeigte, wie sie auch in der bürgerlichen Gemeinde vorherrschte. In der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum der Schönberger Kirche lobte Pfarrer Ernst Geiser den Machtwechsel und drückte große Hoffnungen aus, weil ja der Staatsaufbau auf der Grundlage positiven Christentums geschehen solle. Liest man diese Zeilen, dann ist man erstaunt über die Naivität des Pfarrers. Er ließ sich vom Parteiprogramm der NSDAP blenden und wurde später bitter enttäuscht. Er trat mit seinem Kirchengemeinderat geschlossen in den deutschen Christen bei. Für das Kirchenjubiläum, das im Oktober 1933 gefeiert wurde, kaufte die Gemeinde zur Beflaggung des Schönberger Kirchturms eine acht Meter lange und zwei Meter breite Hakenkreuzfahne, damit zu gegebenen Anlässen die Kirche richtig geschmückt sei. Übrigens habe ich in ganz Schönberg bis heute kein einziges Foto gefunden über diese Beflaggung. Ich glaube, die Schönberger haben nach dem Kriege alle Fotos diesbezüglich vernichtet. Außerdem beschloss der Kirchengemeinderat, als Ordnungskräfte SA-Angehörige vor die Kirche zu postieren, wohl die gleichen Personen, die vorher das jüdische Geschäft von Ecksteins boykottierten. Kein Wunder, dass ich in den Protokollbüchern der Kirchengemeinde keinen Hinweis auf die Schönberger Juden gefunden habe. Obwohl Pfarrer Geiser Erwin Eckstein und seine Kinder ja taufte und in die Kirche aufnahm, ist von ihm keine Handlung überliefert, in welchen er sich schützend hinter seine jüdischen Gemeindeglieder gestellt hätte. Er ist ein Nachfolger, wie gesagt, Pfarrer Hermann Unz, wagte es und besuchte regelmäßig Familie Eckstein in ihrer Wohnung im Haus Reule. In den Protokollen der Kirchengemeinde werden die Einträge etwa ab 34, 35 immer wortkarger. Man findet öfters die lapidare Bemerkung verhandelt am 9. September 36. Der Vorsitzende spricht sich mit dem Kirchengemeinderat über die kirchliche Lage aus. Punkt. Nichts Konkretes wurde mehr gesagt. Man spürt, wie Pfarrer Geider endlich auch gemerkt hat, wie schwierig die Lage für die Kirche im Dritten Reich geworden war. Wieder am Schluss. Die Absicht meines Vortrages und meiner Bemerkungen war nicht irgendwie Wunden aufzureißen, sondern die Absicht ist, dass man wirklich sich erinnert und sich versöhnt. Es ist uns nämlich gelungen, und Johannes Lüdle war einer der wesentlichen Mitbeteiligten, einen der Überlebenden, nämlich Herbert Eckstein, dann nach Schömberg zu holen. Er war im Jahre 2017 in Schömberg und es kam zu einer guten Klärung der Situation, zu einer Versöhnung auch mit dem jetzigen Bürgermeister und Gemeinderat und mit den noch lebenden Schulkameraden und Kameradinnen. Das war bewegend, wie sie dann im evangelischen Gemeindehaus zusammensaßen und von den guten alten Zeiten sich ausgetauscht haben, die ja, wie wir wissen, gar nicht so gut waren. Also das wollte ich noch zum Schluss sagen, dass diese versöhnende Begegnung dann stattfand im Jahre 2017. Und das hat auch gerade dann in Schömberg dazu geführt, dass viele hinterher zu mir gesagt haben, sie haben sich gefreut, dass endlich die Dinge ausgesprochen wurden und geklärt wurden. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ganz herzlich möchte ich Ihnen jetzt allen danken, dass Sie da waren, dass Sie noch da sind und auch Ihnen allen, die Sie über den Livestream sich mit hineingeklickt haben in diese Abendveranstaltung, danke für Ihr Interesse und würde mich sehr freuen, wenn wir Sie wieder begrüßen dürfen bei den Veranstaltungen hier im IP-Zentrum. Noch ein paar Hinweise. Momentan findet hier im Haus, im IP-Zentrum, die Ausstellung statt, Judenverfolgung im Kreis Kalf von 1933 bis 1945. Sie sehen es im Hintergrund bei mir, dass einige Tafeln hier ausgestellt sind. Insgesamt sind es 20 Tafeln zu einzelnen Begebenheiten und Ortschaften und Personen, die Sie hier anschauen können. Über www.israelperspektive.de können Sie sich dann für die Veranstaltung anmelden. Durch die Situation ist die Anmeldung erforderlich. Da können Sie dann einfach einen Tag und eine Uhrzeit buchen, wo Sie dann gerne die Ausstellung anschauen können. Eine weitere Veranstaltung findet statt im nächsten Jahr, am 27. Januar 2022, abends um 19 Uhr, zum Holocaust-Gedenktag. Ada Weitz erzählt aus dem Leben ihrer Mutter, Ella Liebermann-Schieber, so hieß die Mutter, die den Holocaust selbst erleben musste. Mit Sicherheit auch ein sehr bewegender Abend. Herzliche Einladung dazu. Wenn Sie möchten, können Sie auch die IP-Arbeit hier, dieses Zentrum und was alles da mit sich dran, so alles dabei dran ist, Schulbildung und Gemeindebildung, können Sie gerne mit unterstützen im Gebet. Sie dürfen auch gerne, wenn Sie das möchten, ein bisschen was einlegen. Wir haben solche Spendenboxen oder Kästen an den Ausgängen stehen. Wenn Sie da fröhlich dazu sind, tun Sie gerne was rein. Ich denke, es ist was Wichtiges, dass wir nicht allein Erwachsene, sondern auch schon Kinder und Jugendlichen Zugang zu diesen Themen geben, damit etwas auch beginnen kann in den Herzen von uns Menschen. Dass wir einander achten, wertschätzen und wir sind angewiesen auf Hilfe, vom Gebet angefangen bis über gute Werbung und natürlich auch das Finanzielle. Am Ende des Abends möchte ich enden mit einem, mit ein paar Versen aus dem Psalm 37. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Land und nähre dich redlich, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Psalm 37, 1-7 Ich darf mich bei Ihnen verabschieden und bedanke mich für Ihr Kommen und jetzt dürfen wir noch auf ein letztes Stück von Herrn und Frau Luitle hören. Das Stück heißt Tenbi me Orcha Der Gereal Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020